Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Crypto-Update-Video. Bitcoin bei 69.100 US-Dollar. Wir haben unsere grüne Zielzone erreicht, beziehungsweise unsere grüne Zielbox. Ihr wisst, übers Wochenende ist kein Short geplant gewesen, aber wir haben jetzt Montag, wir haben eine neue Handelswoche und jetzt wird es langsam ernst, ob wir unseren Short eingehen oder nicht, werde ich jetzt wahrscheinlich heute in diesem Video beantworten. Wir werden uns auf jeden Fall auch noch einen DAX angucken, wir werden uns Gold angucken und die ganzen anderen Sachen, die wir uns sonst auch immer angucken, damit wir für den heutigen Start in die Woche gewappnet sind. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Die Links dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr noch eine Börse sucht zum Traden, wo ihr all das, was wir hier besprechen, noch nachtraden könnt, beziehungsweise selber traden könnt und auch noch Spot und etc. alles machen könnt, kann ich euch nur meine Partnerin bei so BingX empfehlen. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung, außerdem unterstützt ihr mich damit ein bisschen. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 69.100 US-Dollar. Wir gucken mal ganz kurz im 1-Stunden-Chart, was so die letzten Stunden passiert ist. Wir sind etwas nach oben hingestiegen, nachdem wir am Freitag unser Top bei unserem Pivot, bei unserem Monats-Pivot bei 69.000 US-Dollar gefunden haben. Sehen wir, dass es heute Nacht bis auf knapp 69.600 US-Dollar nach oben hing. Das heißt, wir sind in unserer grünen Zielzone angelangt. Das heißt, unser Wick hier oben ist zwar noch offen bei knapp 70.000 US-Dollar, plus der zweite hier oben bei 72.000 US-Dollar. Aber das ist jetzt langsam so meine Short-Zone. Für mich auch entscheidend, dass das Volumen deutlich, deutlich zurückgegangen ist. Wenn wir es hier mal ganz kurz angucken, übers Wochenende, deutlicher Volumenrückgang. Wir haben unsere Bearish Divergence. Wir haben minimal höheres Hoch hier nur erreicht. Wir tippen hier immer noch um den Pivot herum. Wir haben nicht mal den Pivot hier mit einer 4-Stunden-Candle nachhaltig durchbrochen. Also die nächste 4-Stunden-Candle, die jetzt in 2,5 Stunden schließt, könnte da schon ein bisschen aufschlussreicher werden. Ob wir uns nachhaltig nach oben bewegen oder ob wir nur in Richtung 70.000 US-Dollar gehen, diese magische 70.000er-Marke, die jeder momentan wieder beschreit, ist nämlich dann die Möglichkeit auch für unseren potenziellen Short, dass wir uns das Hoch hier noch holen und dann eben diesen blauen Weg hier nach unten hingehen. Bis zum ersten Mal zwischen Stopp 66k. Besser wäre es sogar hier unten, die 62.000 US-Dollar nach unten hin nochmal anzutesten. Ansonsten hat sich über das Wochenende wenig getan. Wie gesagt, Volumen zurückgegangen. Funding-Fees sind eigentlich überall noch relativ in Ordnung. Also das passt eigentlich auch noch. Wir ziehen uns jetzt nochmal ganz kurz das FIP-Level von unserem Tief zu unserem derzeitigen Hoch. Da sehen wir dann auch, okay, Level hier unten bei ungefähr 63.000 US-Dollar würde unser Golden Pocket liegen. Würde auch perfekt, wenn wir sogar noch hier in Richtung 70.000 US-Dollar hochgehen, würde es perfekt mit dieser Ineffizienz hier unten übereinstimmen. Also das ist unsere Zielzone. Auf die kommt es meiner Meinung nach an. Und sollten wir die halten, dann vielleicht doch schon ein bisschen früher Bullrun oder nur kurzer Zwischenhalt in Richtung 80.000 US-Dollar. Klingt jetzt alles wieder ein bisschen bullischer. Ich bin davon immer noch nicht ehrlich gesagt überzeugt. Also irgendwie fehlt mir da noch ein bisschen News-technisch beziehungsweise Gelddrucker. Wir hatten die Diskussion in der Telegram-Gruppe gehabt. Mir fehlt frisches Kapital im Endeffekt im Markt. Natürlich gibt es diese Japan-Debatte, die wir da auch geführt haben in der Telegram-Gruppe. Aber mir fehlt einfach so dieser US-Markt, der da komplett bullisch ist. Das kann sich nach den Wahlen ändern, dass wir da nochmal einen Schub kriegen. Aber man muss auch dazu sagen, Trump hat auch erst ab Februar, wenn er wirklich vereidigt wird oder ist dann, wenn er gewinnen sollte, auch mal noch nur so dahingestellt, die Macht über alles andere dann zu entscheiden. Also da müssen wir uns vielleicht noch ein bisschen gedulden. Ich würde jetzt noch nicht in über Bullischness hier ausfallen, aber es sieht momentan gar nicht so verkehrt aus. Anderer Punkt, Bitcoin-Dominance momentan ein bisschen am Droppen. Trotzdem seid ein bisschen vorsichtig. Wir haben immer wieder so diese kleineren Dumps. Auch hier sind wir komplett runtergefallen, dass es immer noch keine Altcoins ließen. Auch wenn die Altcoins momentan sehr, sehr gut nach oben hinziehen. Ich werde später auch noch ein kleines Altcoin-Update-Video machen zu einem Coin. Aber bleibt da bitte noch ein bisschen vorsichtig, nur weil wir jetzt ein paar oder nicht mal einen knappen Prozent nach unten hin gedumpt sind. Ethereum jetzt auch in unserer Short-Zone. Also Short-Zone war ja hier oben in Richtung 2720 bis 2770. Auch hier läuft momentan relativ gut, zumindest unsere Zielzone ist jetzt mal erreicht. Ich werde auch hier jetzt noch abwarten, bis wir bei Bitcoin nochmal ein höheres hochkriegen. Kann sein, dass wir dann sogar hier nochmal hochgehen Richtung 2800 US-Dollar, nachdem wir bei Bitcoin noch nicht die 2700, äh, bei Bitcoin noch nicht die 70.000 US-Dollar gesehen haben und wir bei Ethereum hier oben nämlich noch so eine kleine Ineffizienz liegen haben. Wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, ich ziehe euch das mal ganz kurz so rein. So, das ist die Zone hier. Also ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir diese Zone hier oben auch noch sehen. Da wir bei Bitcoin noch nicht die 70k-Marke gesehen haben, wird wahrscheinlich Ethereum dann auch nochmal ein bisschen nachziehen, vor allem wenn jetzt gerade die Bitcoin-Dominance ein bisschen nach unten hin droppt. Trotzdem ändert es nichts. Auch hier gleiches Bild. Volumina, beziehungsweise Volumen geht halt nach unten. Bearish Divergence. Wenn wir jetzt hier noch hochgehen sollten, wäre es auch perfekt, die Ineffizienz von knapp, ja, von Anfang August hier oben noch zu füllen. Da hätten wir alle wichtigen Marken und könnten dann hier oben wahrscheinlich sogar auch noch ohne Probleme einen Short-Trade aufmachen. Auch mit 3% Risk, muss man auch dazu sagen. Aber die nächste Supply-Zone wäre dann nämlich auch erst hier oben in diesem Bereich. Also das sind die zwei Zonen, auf die es dann ankommt. Sollten wir da rüber gehen, sieht das Ganze dann sogar wieder bullish aus bei Ethereum. Ansonsten ist das alles hier eine größere Akkumulations- beziehungsweise Seitwärtsphase, wo auch das Risiko immer noch auf 2.000 Dollar nach unten hin bestehen könnte oder vielleicht sogar sollte. Ja, gehen wir rüber zu Gold. Gold hat jetzt auch die Zielzone erreicht. Das habe ich am Freitag noch gesagt. Da sind wir da sogar noch in den Short-Trade reingegangen. 2.720 war das Short-Ziel. Schauen wir jetzt mal, wie der heutige Montag weiter ausläuft. 2.760 bis 2.780. Das ist mein Stop-Loss momentan. Da werde ich dann aber auch die Long-Position dann erst einmal schließen. Trend sieht natürlich klar nach oben hin aus, aber auch hier gleiches Muster. Deutlicher Volumenabfall seit über einer Woche. Weiß ich nicht, ob ich davon weiterhin so überzeugt bin, dass wir hier noch komplett Richtung Moon gehen. Also auch hier könnte dann am morgigen Dienstag so der erste kleinere Dump kommen. Ich habe es in der Telegram-Gruppe gesagt. Wie gesagt, Gold ist jetzt für mich auf jeden Fall Short-Anfällig. Wir haben die Long-Position noch offen. Das heißt hier auf jeden Fall 1 zu 1 Hedge von der Positionsgröße absolut möglich. So, dann Next One wäre dann DAX am heutigen Tag, wo wir auch gesagt haben, das wäre Short-Szenario. Ich bin hier Freitag nicht mehr rein bewusst, weil ich jetzt erst mal das Wochenende abwarten sollte. Und ich glaube, so wie die Futures stehen, ist es gar nicht so verkehrt gewesen, dass wir hier noch ein bisschen abgewartet haben. Also auch hier wird dann wahrscheinlich heute im Laufe des Tages ein Short kommen. Vielleicht sogar ein besserer Entry, dass wir hier in Richtung 19.800 Punkte noch reinkommen. Also hier heute wahrscheinlich dann der Short werde ich dann aber auch, wie gesagt, in der Telegram-Gruppe auf jeden Fall Bescheid geben, weil immer wieder die Fragen kommen. Ich trade jetzt auch alles bei BingX. Auch DAX kannst du bei BingX traden und noch ein, zwei andere Stockmärkte. Aber sollen auch wieder früher oder später Aktien kommen. Auf jeden Fall 19.800 für mich heute im Blick mit dem Pivot und wäre auch eine geile Bearish Divergence, wenn dann noch sogar das kleine, wenn das Volumen noch ein bisschen mehr abfallen würde, wäre es auch hier eigentlich die perfekte, ja, perfekte Trade-Einstieg dann für den heutigen Montag. Last but not least Euro gegenüber US-Dollar. Da habe ich ja gesagt, wir warten hier noch auf ein höheres Hoch. Wir haben es leider nicht geschafft am Freitag. Wir sind genau an diesem Zwischenhoch zurückgewiesen worden. Das heißt, auch hier müssen wir derzeitig noch abwarten. Kann sein, dass wir jetzt erst mal runtergehen. Aber ich brauche dieses höhere Hoch, damit wir hier zumindest mal einen kleinen Strukturbruch haben, der uns dann im Endeffekt dann längerfristig oder mittelfristig dann hier nochmal nach oben hin bringt. Ansonsten gibt es nicht mal wirklich viel zu sprechen. Später kommt dann, wie gesagt, noch ein kleines Altcoin-Update-Video. Und ansonsten, ja, war es das von meiner Seite. Ich würde sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Wir hören uns später zu einem kleinen Altcoin-Update-Video wieder. Und ansonsten, guten Start in den Tag. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.